ja und herzlich willkommen zurück zur 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 ja zum special mit dabei ist der walle den kennt ihr schon und den kevin ja ich verkalk das jedes mal das als das ansagen ich mache die begrüße glaube ich immer acht mal bevor ich die aufnahme starte und dann schneide ich das irgendwie rein ja wohin fahren wir ich glaube ich fahr mal irgendwo hier hin ich fahr auf k2 na du hast die zu 100 ich bin schon bei der nächsten ok alter kauft ihr die zu 100 y und die ist richtig geil ich habe jetzt sohn also die ist auch richtig gut wie lange branche zum nachladen 11 sekunden bereits sehen du hast keinen ansetzer drauf ich brauche 15,34 ohne ansetzer alter wie viele in der schlachter gasse sind lol irgendwie habe ich hier nur 30 fps auf dem testserver habe ich 60 mit der aufnahme weiter heute wird die berühmte welch gehabt für vk one shot neben und kann sich über mich überschießen ja ich bin so groß wenn er da die groß ist in gegensatz zu dir gehen ja man ja man hallo wir sind hier im cap ah ein vk jetzt hat er schiss h h verdammt und er schießt mich r und tels akka durchschlag perfekt hundig hat dort die rechte mich mit mir machen aber es ist r mit dem namens es ist ein 100 hübsil in der vorne ich nehme mal den panzer 4d geh du ins käppich holt mir den panzer 4d oh verdammt vk oh ja alles one shots da vorne ich brauche Hilfe wir haben verfehlt bei der runde auf ja alle braucht noch ein kill und du noch zwei und ich noch zwei ich schieße ihn da an okay perfekt ja ich komme nicht durch im ernst jetzt musst du sie ich kann nicht durch nur leute bisschen voll bei mir doch du noch prägt bei mir ab aber der vk nicht ja auch 500 Euro verdammt Grille und tschüss ich war ein Hände gekriegt ja 100 Y hat mich abgeschossen hat er läuft bei dir ja 555 HP lol ja 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 ich muss den ausgeben ja Oh, Abbraller Ja, die ist ein One-Shot, die hat nur noch 100 HP oder so Ah, ne, 400 HP Okay, dann, ich habe jemanden verwechselt Glaube ich Ja, der VK hat noch 26 No,l, wenn bei dir jetzt die Sue abprallen würde Bei mir ist die Sue abgepreist Die 100 Y, lol Ja, die 100 Y Und er verfehlt LOL Er ist ein bisschen tot LOL Und tschüss Ja, Mann Er ist ja schon an der Lokomotive vorbei, ey LOL Er ist ja eigentlich immer noch hier hinten, ey Ernst jetzt LOL Ich habe nichts gemacht Ja, ich schon Ich habe heute insgesamt 6064 Erfahrung Ich habe auch davon gemacht und der wehr nacht heute von 879 lol ich glaube ich habe heute 1000 und 42.000 plus mir ist es egal ich habe zwei jahr drei jahr für 6 7 8 9 ja genauer artis androh was eine art hier habe ich nur eine 2 und hier habe ich nur die arti meine ich nicht vier habe ich nicht ich habe nur den meinst du denn eine folge was ist es aber da habe ich nur die zu 100 Y und den T 82 ok ok mein Minimum hier ist 5 also mein Minimum ist 2 5 5 5 5 was habe ich sonst noch ich habe sonst noch ein ok 7 ok das ging aber schnell wo hin soll ich fahren ich war mal beim strand dahinten durch es gibt jetzt steilmann steil monster im gegner team das geht auch für euch liebe zuschauer es geht auch für die zuschauer ja jetzt muss der walle noch kurz eine rede halten lest noch mal durch ja heute kurz so drücken mal enter damit sie da mal sieht ja mach ich ja machen denn die heavys da auf der 3er line alter so das medis auf dem hill what the fuck echt da komme ich auch das ist EU2 ey polen ja ihr sechst ist bei mir abgeprallt bei der seite der ging nicht durch der ging nicht durch oh ne oh ne oh ne oh ne oh ne oh ne gold noobs man merkt EU2 haha kv3 ist nicht durchgekommen wo sind sie hin nie mehr EU2 ich bin das zweite mal getrackt ey leck mich doch what the fuck okay also kann ich nicht konzidiert wird die nette warum muss er nicht wecken Prozent Prozent m6 hier ist es ist bei mir schon wieder bei der seite abgeprallt Prozent ich weiß das habe ich auch schon bemerkt gar nicht kaputt ich meine bei ihm wir haben sie nicht mal angekratzt wir haben zielen IS-6 IS-6 echt mit Toph oder? Boah er hat 51.000 Gefechte echt? ja und davon 5.900 ist fast 6.000 Gefechte auf der IS-6 höh oder die gar keine im Ernst hast du das feist Ding oh das wollte ich jetzt killen das wollte ich jetzt über deine Bezeichnung wäre es schlimm um tralalalalalalalalalalalalala er ist nach links kannst du auf die IS-6 drauf über mich ich denke sie ab ok ist das nicht kannst du wenigstens eine Höhe nach oh perfect by the way he 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 hab ich jaaaau er schießt daneben fahr runter he 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 nein fahr fährst du runter he 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 die hat ihre gar nicht hochgekriegt hast du schon gemerkt oder? ja he 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 oh man he 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 das ist ja nie mehr auf Kevin he 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 auf Kevin hört man nicht ja hab ich jetzt auch bemerkt he 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 oh ich frag mich was den IS-3 da oben macht Kevin kommst du ja ok alter die Suche 3000 damage Hab ich lol du lächst grad rum ha äh und und bei dem gefecht auf 2000 damage gapt echt du lächst zwar rum aber echt he 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 scheißigla ok schaue ich mal rauern ran oh 2000 eh 1000 damage he 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 ach so sieht das mal gut aus So rechts oder links ich fahr rechts Wallefahrt Slalom Auf 1S fährt mir erstmal in die Seite rein Lockieren, KV1 und PZ Ich will endlich mal meine 15. Heavyverse Mission schaffen Ich auch Mit den Dingen aber nicht Ich bin immer entweder 100 HP daneben oder sonst irgendwie 3000 Ich hab das mal im Teamgefecht geschafft Ja, Teamgefecht schafft Ja, ich hab's auf dem Testserver geschafft Mit der Maus Alter, welcher Spaß Schießt einmal auf uns Hast du schon die neue Version von Testserver? Ja Neun Premium Tanks? Ja, Alter, die sind richtig geil Bitte skoppen nur den guten Die sind geil, alle Die neuen Premium Tanks Was soll ich? Ja, wie du ihn trägst du? Ja, wie du ihn trägst du? Ja, ich hab' auch Gerne gemacht Gegeben Jäger, Mia Ah, der ist hier Oh, verdammt Ach, die... oder Hetzer, Hetzer, al Prozent die ersten Hauptstädte die Mitglieder und Arzt und Hälfte auf meiner Sicht dass das Problem der Menschheit ein kurz vor wo man nur kieselt der Hälter er von euch beide hat geschossen ich nicht der war schon längst weg ich weiß nicht das war kevin ich habe es da traut man nicht eben nein kevin ja der gehört mir nein meiner hier vorne ist ein t34 aber eine der gern mehr der schläger werden dort wird wieder da okay das ist ja nicht die die morgen auch muss das nicht passiert ich hätte er er hat nur in der Beinigung ich hätte dann noch kein kill 2 schaden ich habe 876 doch hätte deine mom 0 ich komme beim kv 1 sess nicht durch okay das ist bitte jetzt es braucht zu wollen noch ein kill und du brauchst noch drei kiss kevin ich weiß nicht was macht das denn war über die ersten trompe da hinten alter wo sie überhaupt alle da hinten hier ist der trompe nach soja der grille eddie ist perfekt in meiner schusslinie es bleibt stehen ich gehe zum krummel ja bitte ob er kommt jetzt vor allem zu mir nach wie kommst du darauf auf und diese krummel 1 der schießt auf mich die er schießt nicht auf dem her wie der der bank es braucht er wie noch drei auch verdammt ich habe nur noch zwei bekomme da trotzdem Waffenbrüder ein doch als drei Kiel für jetzt geht heute würde ich die ich ich würde war jetzt will ich auch noch einen vierten kill sonst ist das blöde aus ich will kann ich ein team kill ja das ist einfach da er aber ich war uns alle über tausende der mädchen wir haben die besten im team mit dem vk und kv vor Ort schaden über 300 Meter Entfernung habe ich stellen 1.000 0102 und schaden 1.255 ich habe über 300 Meter Entfernung genau mein Damage ich drehe eben eine Runde ohne mich gleich wieder da okay was waren wir denn über deiner Suche darf ich ein ELC fahren ich will einen Rennkäfer fahren okay du Rennkäfer los vielleicht musst du noch winken Rennkäfer such stiller Match trolling hey yes one shot oh bei mir juckt jetzt mein Ohr mein Rücken mein Arm oh guck weil da noch Haare sind H 불� Köln bei der Achseln Köln LKV 2 in Garnmark aber er war es kann man ja wie ich sehe ich war ja 200 km h mit dem ja glaube ich auch 2 0,200 und wenn ich er ein Käfer kann ich mich anstoßen ich glaube das bringt ihn nicht du wirst unter mir durchfahren Köln Köln er hat überleiten als 12 hast du auf der Seite hinten hast du 10 Köln 110 Schaden pro Schuss läuft die wenn ich die Top Gun habe, mache ich sogar 2 Köln 240 weh, fahre ich schnell das bringt überhaupt nichts Alter, du fährst fast, ey, ich vergleiche schnell wie sonst, ich bremse dich einfach nur ab haha oh verdammt, stoß mich und BAM, du wärst One-Shot ooooh, One-Shot Gott mal für dich noch ok bin ich froh Reimkäfer Reimkäfer 2000 die die wahrscheinlich ich weiß, dass wir jetzt in den Nachwachen von Inscope, aber es hat mir grad so gepasst sorry werden jetzt guckt Inscope deine Videos und er blockiert dich einfach, ne, weißt du? er hat schon ein paar Videos von mir geschaut, er hat mich auch abonniert ja, ja, würde ich auch sagen du bist ja so fame, wie sonst was eben, habe ich ja gesagt aber mach ich doch alter, was war denn das? hast du auf mich geschossen? Alter, du hast einen Schuss neben mich geflogen EC, töte mich nicht kannst du mir helfen am ELC ja, das ist ein One-Shot oh verdammt der hat die Top Gun der die 250 Schaden macht oh verdammt, hab verschossen, sorry sorry, hab nicht, äh, hab verschossen meine ich mein Käfer aus dem Gefecht tut mir leid ah ja, und ich verfehle natürlich noch oh, oh, oh alter, wo hast du ne Hellcat hier? ich hab mich auch gekillt, keine Ahnung ich hab's euch Fell ha Boah kaum dreh ich mich, schießt der Spaß auf mich Wow KV 1 Abbraller incredible alter h aber fast keine ahnung hat gesagt ein gefecht das sind 15 minuten ich kann kein machte es hat uns gebaut ja ja jetzt sie noch gefälscht Ja, Mann. Oh, hohoho. Ja, hohoho. 3er gegen 7er One-Shots. LOL. Ich habe 33 Durchschlag. Und 8 Schaden. Du bist einfach so klein. Dass der ARL dich ganz verdeckt. Wenn ich so zu den Gnassern bin. Echt? Ey, bei dir komme ich gerade noch durch. Ich habe 33... Ah, nee, warte. 33 Durchschlag. Nee, bei dir komme ich nicht durch. Nur auf der Seite. Von vorne komme ich nicht durch. 100 noch was, oder? Hä? Wie viele Patsungen habe ich vorne? 50. Mit doch 100. Ich habe 3 Millionen. Dafür bist du schneller als ich. Ja, wie schnell fährst du? Oh, keine Ahnung. Ich falle gerade wieder her. Ich fahre so 60, 70. Dubsen. Manchmal 80, dann mal 90. Und wenn es ganz steil bergab geht, dann 100. wird. Wie viel ist es geil, wenn man es warten kann? Hör, vor allem um sie, um sich umzubringen. Oh, ELC. Hier nichts los ist. Da vorne ELC. Wieder da. Okay. Der hat mich geschafft. Was? Ja, ich fahr Rennkäfer. Und ich fahr grad... 1c. Der fährt einfach schnell als ich. Wow, Abprallor! Ich hab'm Abprallor! LOL! Alkauf auf dem Dach, sicherst bei mir abgeprallt! Prozent erhält es bei mir durchgekommen Prozent Lola auch von einer Hörer müssen Prozent er hat er in so zwei Prozent dort wird nur noch jetzt geschützt das ist ein paar nur keine Ahnung schreibe ihn mal an ich will mal nach da fahren user join your channel wieder rausgegangen bist auf ob er auf reinmetall und kv4 ja ich wusste es und zehner mitschel um ich brauch jemanden der mir auf die stürme schlägt auch ich gern warum weil wir ein 10er gefest fahren und weil ich zwei munition dabei habe 22 22 sorry 40 dabei läuft 23 ist dabei er nächstes mal mit valenzina kevin den 8 war ich den 9 oder wir fahren test server ich habe schon hp verloren vor allem und welchen etwas ihr werdet so einfach bis die über mich er schreibt sogar noch sorry rein das ist das ist mal netter ob im 2 aber ja wir sind ja für uns 2 unterschreibt jemand soll die u er ist hier das scheiße bei folgenden das ok lebt der vor dem politischen oder bleibt stehen er hat nicht dr er ist hier ist geil aber jetzt sind die skyline das ist meine nächste nächste also ich bin schon ein paar mal mit der ihr sieben gefahren für die auf dem test server er hier hat er zwei gar nachts da läuft mal wieder mann jetzt hier ist beim neuner sind die 10er gang drauf geschraubt okay kann ich jetzt hier auch mal was vor die flinte kriegen ja ich bin der glattige 2 weißt du wie es unsere ist hier auch noch vorausgesagt wurde vorausgesagt hat so ich wurde gespottet wo es in torion auch kaum schon muss das doch verspürt sein auch verdammt hilfe er 100 noch mehr 100 das hat es sich ah bei er und ich bin offen noch schlimmer er hat die so ist auch und es liegt jetzt in torion wird das und auch unterwarten schiefen soll für hast du gehört komm vor mal vor nötig ist als nur ab er hat 100 abrad auf dieser gold okay das geht schnell aber ich schreck einfach nicht so gut Loll die Tore Tore See hat mich zerstört der T28 haben wir nach der 100 eine reingehauen hier wird mit Goldschieß ist kein wenn er nur mit Goldschießen ist kein ein denn die Zeit die 69 wie viele Abwoller Kevin das auch mal hat das sind sogar durchschläge warum er nicht könnte er in jemand wenn jemand 0 wenn jemand schlossen würde kommt noch mehr durch der europäische Kultur perfekt op er hat die eine kommt schon also längst von dir aber aber er hat die A m ist Rui und bei Walle ist einfach so ruhig zu hohen wenn man nur noch zu vertreten was passiert wenn ich f7 und f6 gleichzeitig drücke als der vier tito ja nitro ja drückt alte 4 das ist nitro gold dazu was 1000 du hast die 1000 mit einer million verwechselt jürgen die lacht weil er gerade voll krass rum oder hat einfach seine mikrofon oder er spricht zu leise für das mikrofon wo er eingestellt hat mit den pegel keine ahnung schon besser genau so stehen aber perfekt so und jetzt gehe auf die 100 nehmen man rechtlich an der mayonaise ja ich kann diesen ich kann diesen namen nicht aussprechen 5000 live er zweiter bleibt da von leid ich hatte die maus 5500 3000 kommt mir mehr vor weil wir eben behauptet das stimmt marionese vor dir ist drei noch nie ist jetzt nicht mehr ich glaube ich habe heute so viel gesprochen wie Dany ich glaube ich habe heute so viel gesprochen wie Dany ok dann musst du zum Arzt er wird dort und Schatz für Muni Lager weiß ich wie krass stell dir vor die Trissmann eher bei der Maus das Muni Lager ja ich wollte Trottkart killen links von der 100 durchkommen fack mayonaise ha 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 eh einhundert ist bei der eh einhundert ist gepounced eh einhundert ist gepounced und ich bin heißer was war das mal schauen wieviel abgewehrt du hast eh nicht viel weil die alle auf meine Ketten nur geballert haben die Ketten zählen nicht als Bounce E100 vor allem E100 mit Gold ja auf meine Gun geballert da ist nicht Gold ja er massacre ja hilf doch gefeiert erst mal gucken hier genau siebenhundertvonfzig abgewährter apparently ja ja schau mal wie viel war die ist hier mit 5500 damit ich habe auch mal ich habe auch so viel damage ich habe keine Ahnung wie das wie ich das hingebracht habe allein jetzt bestimmt nicht nur ich welches hier ich baue will sondern jetzt bestimmt mal Walle ja ja Moment ich habe keinen Zehner ich habe ich auch nicht aber wir könnten neuner fahren nein also sonst fangen wir siebener oder achter ist mir auch egal ich hätte auch so eine DS8 hey yeah hast du sie auch voll ausgebaut Stock ja jetzt E75 Andy macht die DS8 okay nö doch ich mag sie schon mal ja gut ich muss sowieso warte mal ich müsste sowieso cappen also warte mal oder ich warte mal warte mal warte mal warte mal ja das schaffen wir was machen fünf Gegner zum killen fünf Gegner gegner killen drei verschiedener Typen nö ne hau rein hab ich eh nicht weil wir jetzt ein Zehnerwitz kommen ne doch nicht hehehe hey vielleicht schaffe ich jetzt meine letzte Heavy-Mission nein vielleicht killen wir einen Jagdtiger ja ich habe einiges gewonnen ganz einfach weil es ein TD ist eh wie Tiger die Haube one shot gratis Devils für die ich bin mal beim GW-TGP abgeprallt mit der IS-3 an der Front nee äh kommt ihr mit zu B2 oder äh ja weil gut wir müssen da nicht alle hinfahren aber ich werde da hinfahren weil auf der Insel da sehe ich zu wenig ich komme auch mit ich habe keine Panzerung gegen diese Tiere aber auf ihr Alter hallo IS-8 hallo IS-75 ich habe nur 185 ey ich habe mal mehr HP wie Kevin was ne ja was fünft auch verdammt nach Europa wie saß es so viel HP Kv4 Mann Mohnen Mohnen jedes Mal Mohnen Frau Mensch Kind Gras der Missbrief Prozent Prozent auf wen denn auf Mohnen Amix welchen oh ich kann den Komet treffen ich nachher auch AT960 69 ist falsch oh ja die verfehlt denn ich habe ich tausend in die Luft geschossen mit dem so hochgegangen und genau wenn ich schießen will färben wir beide davor können Prozent was glück gehabt dass ich mich abgedrückt habe Prozent auch zwölfter du Arsch mach kein Dämmers ich bin gut für das Spiel ich bin genau deiner meinung hey Kv3 ich habe ein stückchen rausschauen der Kv3 ja und ich habe schiss dass ich in die SU 122 4 und 50 schieß TIGER 2 Oho TIGER 2 TIGER 2 haha gekettet TIGER 1 NEIN HAP LECK MICHE EWEN was hast du gekillt Na ein X für öfter noch TIGER 1 abgeprallt aber mir auch schon okay das heißt wir brauchen noch ein TD in Heavy oder ein Medium oder die Artie Putten Heavy SOMET 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 JAKTIGER MAN der werden One Hit ja auch MAN TIGER 1 dann habe ich dem TIGER 2 so wenig HP gegeben sind oh verdammt weiß ich sag es noch 10 Sekunden später oh fuck das wird ein riesen Spaß zu rendern TIGER 2 TIGER 2 JAKTIGER den schaffen wir noch ja sollten wir aber wir brauchen wir brauchen sowieso 5 Kills er holt uns nicht mehr wo ich mir auf der Tiefel 50 erst mal ja oh leck mich wot 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 oh verdammt das ist der falsche oh scheiß Muni Lager kill den T-44 hey hier hinten noch ein Light Kill hat ein Kill Light habe ich schon gekillt irgendwas müssen wir noch was haben wir noch nicht gekillt ne heavy haben wir wir brauchen allgemein 5 Kills äh ja genau ja es geht nicht mehr so richtig ja doch theoretisch schon ja theoretisch wird es eher schwierig ja ja es wird schwierig ja die kriegen wir nicht mehr da läuft jetzt irgendwas schief komm schon die IS-8 oh ja dann ist es vorbei wäre ich jetzt dieses scheiß Dings nicht hochgefahren FMC komm schon wieso bin ich nicht so langsam äh so schnell wir können es theoretisch noch schaffen nein wird aber knapp wenn wir nur das denn schaffen beim Spiels machen wir nur alle oh mann hätte ich ja so ups also ich glaube ich mache jetzt den kleinen Cut um auszurasten was wird hier hat sich geschlossen ah jetzt ah jetzt geht es wieder lol so ja ich habe am meisten Damage und was ist Walle bekommt mehr Erfahrung ja weil ich äh was habe ich denn gemacht 300 Spotting Damage ach so ok nochmal? ach ne wir haben ja gewonnen egal nochmal nein ich will nicht mehr ja dann 7er oder sowas keine Ahnung 5er Lodi aber geht auch oder 6er haha was ist jetzt? 5er äh ah super ich weiß Art ich nehm den scheiß drauf ihr seid doch geil haha warte 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 dann ach ne egal mach haha 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 ok das geht sogar noch aber ich kopf schlägt jetzt einfach im 7er match was hast du denn jetzt schon wieder gemacht keine Ahnung ey wir nehmen uns schon seit 2 Stunden auf vor was ja ich bin sofort in 10 Minuten haha haha ich fahrs beim Rennen an ja dankeschön ach ach werbung du möchtest in Zug, Team oder Bollwerke fächten deinen Feinden das Fürchten lehren da bist du bei uns genau richtig da bist du bei uns genau richtig melde dich bei mir oder bei uns ja oder bei Walle oder so ja oder bei YouTube oder bei YouTube könnt ihr die Kommentare schreiben bei Interesse das ja wie klein ich bin ha 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 kann ich da hoch ne kannst du nicht oh ha 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 ne ich wollte ja nicht hoch wie im Kill wie ich zur Zeitfall ah ich hab jemanden die 14 Alter ja ja vertreibt ha 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 das bringt das Spiel einfach mal zum denken boah ich hab schon 123 ähm Damage oh Artis schießen alle auf mich ha 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 ey Hetzer will ich oh ich hab dem Hetzer einfach mit dem ersten Schuss im Motor rausgehauen echt lol ja ich hab jetzt immer vorwärts gefahren ha 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 ok ich rush mal den Hetzer du kannst dich mal tracken ziel erfasst du kannst dich tracken du kannst dich tracken danke ha 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 kvss hey Artillerie ha h ha 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 ho는데요 muss ha ha weckert bild auch wie süß von dir ja wenn ich mal öffnen sind ein paar Mal auf doch ich glaube ich habe gemacht und war da die Kirche hoch ja ich habe die Stoffe ich glaube ich habe ein paar Wettbewerb weil die Liede läuft Und tschüss. Außerabpraller. Alter Kevin, du Stealer. Oho, bei mir fängt es gerade richtig an zu lagern. Ja, aber das gebaut. Oho, 17 FPS, hallo? Kamerad ist zum zweiten Mal gebaut. Echt? Ja. Verdammt. Meine Kette ist weg. Dein Schott. Wieso habe ich so krass? Es ist verdammt wenig FPS jetzt gar nicht. Oh, bei mir... Der Käpte will nur hauen. Oho! Wenn man für Basis verteidigen... Das war der wir das. Probierst nicht, geh nur lieber zur Basis verteidigen. Oh, fuck, ne One-Hit. Ja, ich auch. Oh, er bounced. Da in Robo sind deine drei Kills. Äh, weg. Du hast noch 55 Sekunden. Ah, Kevin hat ne Artie. Ja, oh, du bist aber schnell dran, ey. Oh mein Gott. Nach vier Minuten... Oh, er hat ne Artie. Ah! Hau weg, noch drei Sekunden. Du musst irgendwas durchsetzen. Im Notfall rammst du. Ja, das war's für uns. Hau weg, noch drei Sekunden. Du musst irgendwas durchsetzen. Im Notfall rammst du. Ja, das hätte ich auch gern. Hätt gern noch vier Kills. Hätt gern Mathilda. KV1 ist von mir getrackt. Ich bin so nett. Nein, der KV1 darf nicht ausbrennen. Jaaa. Mathilda. Hoho. Mathilda. Mathilda, dass ein Kovonata gilt. Die kann schon... Ne, kann schon nicht. 110 Schaden, mach die. Alles tut sie. Und noch Capping Points hat, weil... Eheh, einen. Eheh. V-P strong arty. So, bin wieder da. Markadon-Tip. Oh ja, gemastert Großkaliber, 2000 XP. Guter Klaas, aber warum? So, in der krieg ich keinen Spartaner. Was? Ich hab' den Hetzer, äh... Emmerich beschädigt, Funkgerät, Kette, verletzt, Kommando, äh, Kommander. Das war's. Ja, der hat Panzer aus. Ja, aber warum krieg ich keinen... Äh... Sparspartaner. Keine Ahnung. Drei Mal an mir, als ich Lowlife war gebounced. Hm, 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 hm. Hoho, verdammt, meine Festplatte wird langsam voll. Hohoho. Alter, 826 Gigabyte hab' ich schon gefilmt. Hohoho. Hohoho. Wie Spaß beim Rennen. Ja, danke. Verdammt, hier drinnen wird's auch langsam heiß. Alter, läuft. Verteidigungspunkt der 5. So. Krass, Mann. Oh Mann. Verarscht. Ich glaub' da hab' ich sogar mehr. Hohoho. Nee, du hast auch 5. Hahaha. Scheiße. Und ich? Du hast null. Aber ich hab' doch zwei Basis-Eroberungspunkte. Bitch. Hahaha. Zwei. Hahaha. Lol. Wernacht 5900... Ooooooh. Also, wir waren einfach gut, ne? Hahaha. Ja. Hahaha. Ich hätte hier noch so'n 1S hier rumstehen, aber... Hab' ich gesagt. Ich hätte das noch so rumzustehen. Ja, 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 ja. Hä? Hä? Ich hätte... Das noch rumstehen. Ich hätte... Das noch rumstehen. Nein, nein. Nein, nein. Was ist das? Ich hab' gedacht, du kommst schon wieder mit deinem Neuner. Und wenn du jetzt ein Neun reinpackst, dann ist das nicht witzig. Hahaha. Nein, das ist es nicht. Hahaha. Aber du lachst. Du hast dich jetzt gerade gemutet. Hahaha. Hä? Weil er mutet sich gerade, um sich einen runterzulachen. Nee, ich will nur Bescheid geben, dass... Hahaha. Ich will nur Bescheid geben, dass ich essen gehe. Hahaha. Hahaha. Viel Spaß beim runterlachen. Ja. Haha. Welche auch. Viel Spaß noch. Ja. Hä? Hä? Jetzt sind wir wieder. Wir haben auch einen neuen Spieler dabei. Den Daron, a.k.a. Ailmau. 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 Ja. Das. Ja. So, was fahren wir hier jetzt? Ja, egal. Ich hab' alles außer Fünfer. Und Vierer. Ich sage... Ich sage... Ich habe gesagt, ich habe alles außer Fünfer und Vierer und Zehner. Hä? Easy. Jetzt sie... Du nimmst ne Arti oder nen anderen leichten. Ich glaube, ich will das mehr Schrott. Hahaha. Ich will diese... Ich will diese Kartenmissionen durchspielen. Ehhh. Oh, den einzigen leichten Panzer, den ich hätte. Ich hab' nen Brennkäfer. Hahaha. Ich muss 1500 Damage machen lassen, wir müssen 1000 Damage zusammen machen und ich... brauche eine Arti. Nein, darfst du nicht. Ja, ich hab' nur ne Vierer Arti. Aha. Macht nichts. Ich kann auch einfach die Arti nehmen und ihr bei... spielt beide Light Tanks. Hahaha. Hahaha. Hau rein. Hau rein. Nein. Hahaha. Ähhh. Kannst noch die IS nehmen. Ist das dein Ernst? Ja. Ne die IS. Ah. Geil. Das wird super. Ich würd sagen, dass Sandro gekillt wird und ich auch bin echt... Und ich würd sagen, ich mach' mal 15 Kills in diesem Gefecht. Ja. Eindeutig. Hahaha. Hau rein. Hau rein. Jaa. Hau rein. Jaaa. Ein Schuss sein. Alles tot. 2 Schuss, jeweils Muni Lager. Hahaha. Alles bei gelb und in rot und alles tot. gut überheben auch immer so ähnlich bis ich im gefecht bin das kotzt so an erhältlich scheiß seite super die größte hälfte ich hab ich hab sogar an ich hab sogar die er doch bis die scheiße Prozent ich fand mich er will jetzt er macht das macht mir wartet war haltet euch mal zurück und wartet bis ich sage dass ich bereit bin wie sagt er es braucht wir sind die besten Spotter die schnellsten muss es bereit sein ich bin noch nicht bereit und kippen der darf ich nicht sehen uns von Kiel stehen ich freue mich hier Jeffy T37 ja als ob jetzt nicht alles von Schatz also ich meine ich bin in Bonn Schott überall oh yes KV 85 ah schön das kann ich nämlich alles nicht treffen geil T37 aber die VK Hermann Körscher vergessen wenn der gekettet werden würde durch einen unglücklichen Zufall ich komme mit HE durch Ah nevermind ah Hör rein oh ich komme mit HE durch Mist Act wir haben sie nicht mal angekratzt ich will drauf schießen nachkommen macht den wer auf also ich bin lowlife 9 hp gg und ne es steht dort und chevy und der t37 vor mir kann den jemakel den chevy kann ich nicht weil er sich der ganze t37 den kannst du die leute sind zu bewegungsfreudig wenn die mal jemand ja wahrscheinlich also ich kann mich überall verstecken ich bin so klein dann schießt ich auf den Zweck grüns jetzt auch zugeht die t34 untersturde wieder auf was soll er kann ich mir ich treue immer und schadet auch bedankt ich ist in den Hügel ich war in den selber damals gefahren von Sandro 30 zielen höhe Loll ach jetzt ist wieder alles zu greifen für dich das Gefecht noch überleben würde war Frau verdammt 9hp und diese furchtige Kugel hin er darf wirklich in die Kette oder es nicht an Morg er hat ein richtiger Speicher auf diesem Panzer Wäsche die mir schenken kannst du mir schenken die schenken sobald ich die 155 151 habe kann man kann noch verschenken aber die S3 Mark bleibt meine Trauung das heißt dann kann man Marx verschenken nein natürlich nicht dachte schon lol hey artis wie viele artis 3 alles one shots 3 auf einen Streich zu weit auseinander ach man der bling für sich bleibt stehen fahr vor ja fahr vor T32 gegen cdc T34 Habe ich ja gesagt du hast die 2 als ich bis zu halb close enough ja geil jetzt habe ich wieder um und die muss ich jetzt one shot ach ne kriege ich auch nicht hin man ich will doch nur 2000 damage machen ja man wenn ich im platoon fahre schaffe ich teilweise wenn ich alleine fahre aber ein Platoon das sind die Hahahaha schlecht ist dort äh lol die Kacke hingegangen Prozent sie ist ja falsch eine Kugel geht Hörl gleich 300 Meter verfehlt oder du hast gewonnen hast du geschossen und 60 HP geholt nein ich habe überhaupt nichts gewonnen ah ok die Kugel ist einfach irgendwo ins Leere gegangen hatte ich in letzter Zeit öfters häh? die Hype? auch mit dem ARL irgendwie da habe ich in einem Gefecht fast 1000 damage verloren weil 5 Kugeln einfach ne unsichtbarer Stein oder irgendwie sowas ja doch ich habe ihn noch lol ich habe ihn getroffen für mh 332 geht in Ordnung und ich habe ihm haltet euch fest durch Tracking 6 damage gemacht Hahahaha 6 lol Hahahaha get on me level Scrap er nimmt n heavy tank Mendo egal ich will diese Kacke jetzt durchspielen und wenn ich spiele leicht bist du dir sicher Kevin? mit dem IMX jetzt nimm was nimm den 10er hab ich doch ich hab doch was genommen nimm was höheres nimm deinen 10er nimm deinen 9er kv4 was muss ich einen 9er nehmen? nehmt einfach das höchste was ihr habt ne ich möchte für dich die Mission machen hier ist 8 die ist so scheiße ich weiß ich hasse sie auch trotzdem habe ich 24.000 Erfahrungen drauf Kevin nimm deinen kv4 ich hab doch los kv4 du hast immer noch den ELC ich weiß kv4 warum ich hasse das Ding recht gehabt wir hassen unsere Panzer alle so hier easy was? nein scheiße alter kv4 Reflexe wie so'n wie so'n afghanische hehehe ja habe ich hehehe ha nice sieht mal anständig aus mit der so wer sind jenig zu durchgehen ja äh du nicht? ne hehehehe ich muss erst mal die Ketten gründen aber ich glaube das mache ich nächste Woche wenn meine Eltern nicht da sind da habe ich genug Zeit dafür morgen habe ich äh ab Mittwoch habe ich Osterferien oh Osterferien oh ne habt ihr die Schuhe wir haben ne erst in zwei Wochen hehehehe und wenn ihr das Video bis hier noch geguckt habt Mosek hat mein Bruder Geburtstag bitte gratuliert dein Chat hehehehe tut es nicht er ist schade besser ja hehehehe nein keine Ahnung ah ne das ist das Jahr das war ja Mikis Bruder und der Scheiße war ja ist mir doch egal ich kenne die sowieso alle nicht ja ich auch nicht fahr fahr ich hab dann auf die Artikel penetrationszug ja haha gleichfalls ah verdammt du hast ein Top Turm ja ich nicht ja ich hab mir ein Stand geholt einfach weil es hat noch ein paar XP ja komm normalerweise ist nicht immer das Beste kein Top Gun sondern äh ja weil man die Tocke man kann sie auch ohne den Turm glaube ich oder auch nicht oder so doch hallo ich habe ja den Anfangsturm und auf die Top Gun ja mega ich hätte gedacht dass man die Ketten machen sollen und nicht den Turm aber ich hab ja der Turm ist eigentlich immer das Wichtigste aber bei mir nicht warum ist der warum ist der Vorka 45 da unten ich bin nicht so viel schneller als du weil ich nicht den Top-Motor-Diener habe ich habe nur die Top Gun ich hab nur den Top Turm aber ich hab eine Crew mit äh Brothers in Arms, einen Lüfter, einen Ansitzer ich nichts du hast ein Game English? ja ich hab nichts drinne warum dann steht er bei dir Penetration ne ja das habe ich auch vorher immer gesagt also Pen sagt aber eigentlich jeder ah, Penetration Penetration hat sich viel Scheiße mehr an ja, I am sure your mom also likes Penetrations ja, auf diesem Grund sag ich das auch gehen wir ins Cap am besten noch Penetration bin ich schwul, nein schon wieder ja geil oh du bist direkt vor meinen Schüssen, dich konnte nicht abfeuern ah sorry oh verdammt ich bin gerade so stehen geblieben, dass es noch in Ordnung ist naja ja geil, ich hab erstmal schön fett von der IS-8 ne Highroll kassiert hey, ich nicht kein Ding kein Ding 40% weg ja ich hab was macht die IS-3 jetzt hier hier für ein Vitalton Shit kann ich nicht sehen, dass ich hier schön am Winkeln bin das sehe ich noch richtig, oder ah nee, die ist nicht stock leid, ich dachte grad, hey ah, die hat sogar schon GUN MARK die ist 16 die ist 16 alter, ihr ist 8 an LARGE ja, gut, dann kacken wir das halt auch schön bei Not ja ich ram euch jetzt einfach ... Nein! Verrückt! Verrückt! Nein! Herr Wohle, you're getting ama wrecked, oder? Nein! Junge, jetzt hast du daneben geflossen. Nein! Ach ist ja aufwacht. Ja egal, er kann mich nicht mehr resetten. Ich glaub ich krieg' ein ... ich krieg's sogar ein Capture. Oh verdammt, Scheiss Arty! 1700ится! Die wird sich gefreut haben. Ohohoaah! Streee! Hey, sie darf'n capten. Du darfst nicht cappen. Dein Bruder darf nicht cappen. Den darf er auch nicht. Ich kriech einen Vader, Junge. Ich kriech einen Vader. Ja, Mann. Ob du ge-amorackt wurdest, Junge. Dein Team ist da noch drauf. Oh. Egal, Scheßdok. Wieso habe ich so wenige Prozente, Junge? Oh, wo war ein Schatz? Uff, krasser Boy. Hohoho. Das kann aber nicht wahr sein. Jetzt habe ich noch mehr Minus. Hohoho. Da kommt man auch Minus. Verdammt. Verdammt. Ja. Null. Wenn mir wenigstens ein HP geblieben wäre. Wir haben schon drei Arzt geschossen. Und auf seine Einer der Fortschot. Ja, und auf mich gar keiner. GG. Oh, verdammt. Ich helfe dir dabei. Ich gehe extra raus für dich. Damit du damage machen kannst. Ja. Haha, wie hat sie dich nicht auch gewonnen schottet? Äh, Cut-Roll? Ich hätte doch einen besseren Ton zuerst aufbauen sollen. Hätte dir wahrscheinlich nicht mal was gebracht. Weiß Ding. Oh. Oh. Alter, der KV4 ist 104, äh, 107 Tonnen schwer. Die S8 ist 51. Alter, was ist ein bisschen doof für ein Fettsack? Ich weiß. Oho, du hast ja mehr Stahl als... Ja, das sag ich jetzt nicht. Als du. Alter! Scheint jeder mehr Schaden als ich. Du hast ein Leben. Die Art ist bei mir abgeprallt. Wenn das Walle gesehen hätte, der hätte sich gemütet und sich an... runtergelacht. Das würde ich auch tun, wenn ich nicht selber in diesem Gefecht wäre. Ne, Armee baut erst mal eine Artie. Tja. Auch nicht habe ich schon viel Abprall-Damage. Vielleicht halt mal ein Mischen mit 8.000 Abprall-Damage. Ich glaube nicht, aber... Ein ST1 und ein PL15. Ja, gut. Wenn die Artie noch mal trifft. Jetzt doch garantiert noch, weil sie noch mal auf mich schießt. Fünf Schüsse an Tier 9. No Damage at all. Hahahaha 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 Jetzt will ich ja auch endlich cappen. HALTER! Fünf... Hier... Oh, was war ich mit dir? Ja, fick dich. Ah, jetzt ist er gekommen. Ja, ist RIP! Juhu. Die Scheiße geht erst mal 200 Meter hin. Habst du wen? Oh! Ja, ich ging auch in die Luft. Oh, verdamm! Oh, verdamm! Ich hab keinen Invader. Hast du auch nicht? Fick, ey. Ja, das war klar. Und Minus, ähm... Wie viel denn? 2.800 1.800 1.800 4.197 Einer DM 40, ne? Ey, wo sehe ich, wie viel damage ich erhalten hab? Gar nicht. Doch, siehst du. Wenn du gestorben bist, dann kannst du das einfach dadurch ausrechnen, indem du deine Hitpoints, die du übrig hast. Ähm... Alter... Ähm... Mein Penis ist 2 Meter lang. Okay. Meiner 2 Meter 1. Unlustig. Meiner 2 Meter 2. Okay, das Niveau sinkt. Ihr nehmt alle TDs. Oh, verdammt! Nein! Hahahaha! 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 Und er geht genau da nicht auf nicht bereit. Hahahaha! Hahahaha! Loh, er legt das live falsch bei uns heute. Ja. Ja, wie viel Terabyte hab ich jetzt schon wieder verbraucht? Hehehe! Oh, ho, 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 ho! Ho, 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 ho! So, Mal長'n doch auf L . El Out! Karelien! nach woche oder so bei 63 prozent weil immer wenn ich über 64 komme kommt so ein gefecht womit entweder die arti wollen schottet oder die 75 oder irgendein anderer scheiß der gerade langeweile und bock drauf hat jedes mal jedes mal und dann so direkt wieder ein prozent runter da muss ich erst mal drei gefechte spielen bis ich wieder mal einen halben raufkomme ich habe früher immer sankt emil gesagt auf dem sturen emil hatte ich das auch so bei 64 prozent da war die sache nur dass ich den angefangen habe als die gunmarks als die gunmarks gerade auf dem test server waren hatte ich den halb durch als sie ließt wurden und dann bin ich noch auf 63 prozent gekommen und die lorraine lebt gefährlich als die arti unsere die gegnerischen lorraine 155 150 denkt sie wäre eine fv 304 die steht so nah bei uns dran hrn 1 hp ich kann mal wieder nichts treffen klar ich gehe in einem ss-man-shot ne den wollte ich wie denn sagt die mir nur für aber ist es sagt die älschung der ist der ist der grund warum he erfunden wurde ich habe mal auf dem ding den spartaner gekriegt das war richtig witzig und nerven aus stahl habe ich auch auf dem war weil er so krasse panzerung hat er glaube ich auch vor allem das witzigste war ich war in dem gefecht nur kurz afk weil ich nicht bemerkt habe dass ich Prozent eins gestartet habe nur wo ich komme zurück ja gefechtsauswertung hier nur werfen aus stahl am an ich sagte mir als stuhr in mir an die mir die gleich sankt emil warum sind die ganzen herrlich von denen die offen gewesen keine ahnung also behindert end ja weil unser halbes team da unterm verrecken ist wie es aussieht oder auch nicht geht noch nicht so ganz fest haben sie noch nicht entschieden auch damage ich habe erst einen schuss abgegeben ich habe erst neun hp schaden gemacht gemacht guck mal hier hier war ein luchs ne köchende ausrasten dass unser team noch durchgelassen hat ja komm du bist keine arti geht das ja noch aber nervig wenn unser team ist einfach durchlässt so zu sagen ja komm der tiger 2 hat da so schöne lowlife ziele ihr alle schön in ruhe schießen könnte was macht er einfach einfach ich muss einfach ja jetzt fährt er zurück ich treffe sein kann bei der kann wende auch kein die wilder nur diese einige an mark die 25 ht und ich nachher wenn ich durchgekommen dann doch hast du ja bitte helfen ich bin selbst bei morscht ja es wird er nicht getroffen jetzt jetzt kämpfen die leute schon wieder ja geil nee nicht geil deswegen sage ich es doch das war mir hier so ich habe mir vor ich habe dir kill ja hier sind ja wieder zurück bei world of tanks der auch Stuhlenberg schwekopf ist auch dabei der Kevin den kennt er ja schon jetzt auch sprechen hallo erst mal einfach nicht wir sind hier zu wissen das ist voll sind hier das ist einfach nur wahnsinn oh gewittiger mit 900 gewittiger hat mir eine 900 919er stelle gegeben das ist einfach nur Wahnsinn Budget hohoho Parastro wir müssen froh sein dass keine Maus dabei ist jetzt können wir uns also da könnte man viel damage machen ja mit normales ist es alles ja sonst bleibt noch mehr es bleibt noch mehr es bleibt noch mehr klar ich war es die die 75 jetzt geht es 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 jetzt jetzt muss alles steht da können nicht durch und das ist am panze abgeprallt 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 nicht haben ferdinand schießen Der prallt sehen wir ab, aber nach vorne Geht schlechter Das muss wehtun, im Ernst Oh Das war knapp Ich muss 1000 Schaden machen und einen Kill Badgett Warum habe ich die ganze Zeit von Arzt abgeschossen? Ich bekomme nur Schaden durch Artis Ja, ich jetzt auch Ah, ne, Badgett war das Ich habe schon 1500 Schaden bekommen durch Artis Ich auch Deswegen habe ich zu ab Schau mal, wo ich bin Das ist witzig hier Ui, VK Wir machen Wenn er 1390 gegen mich waren würde, wäre er im Arsch Badgett 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 Oh orial Hai Wenn ihr siehst warz jetzt bin ich Es geht alles zu euch. Schau mal was hier los ist Alter. Ich kann nicht nachfahren, weil ich die Art des Eil angeschlossen hab. Aaaaaaaaaaaaaaa! Hilfe! Hilfe! Verdönisier dich! Aaaaaaaaaa! Schon wieder nicht geholfen, hä? Ob du kommt ein Evo weg? 8 zu 8 stehtz, ne? Also ist alles noch drin. Das ist alles noch... Nee! Nichts mehr so denn, ne? Jetzt ist 9 zu 8. O, GW 100! O, ja, kein Artis mehr, ich muss keine Angst mehr haben. Gott sei Dank! Uh, was für ein geiles Gesicht! Oh, es ist ne GW Panther? Ja! Ägw TIGAP! Ägw TIGAP! Ägw TIGAP! will ich will er gewähren und auch mal nicht er möchte auch bei der Lohle es ist es ist man muss sich die Einzige fahren zu Prozent fliegt zür Ich wollte das Bild drücken, weil er mich gebraucht hat. Ich habe mich gebraucht. Ich bin 75 lol. Ich bin 75 vs. Bad Chat. Und er ist tot. Hm. Der Auri sind alle kaputt jetzt gleich. Loll, jetzt habe ich wieder so verdammt wenig FPS. Keine Ahnung wieso. Weil ich die Olle habe. Wie viel FPS hast du? 50. 3 Metall kommt. Ich habe normalerweise auch immer so 50, 60, 70. Jetzt habe ich komischerweise... Warte, was steht das schon wieder? 35. 36, 38. Ich weiß schon, aber normalerweise hat es nie so wenig. J9-Loop. Hä? Ja, das ist im J9-Loop. Ah, der fühlt sich zur Reported Unfair Play. Okay. Äh, hier. Ah! Der hat er nicht. Aha, ja gewählt. Tiger P hat es gemacht. Rein mit deinem Sinn. Ja, der macht 2000 Can, hallo. Und der führst du da auch raus. Jetzt ist er tot. Jetzt ist es vorbei. Ey, muss schauen, bist sicher wieder letzter Überlebender. Die sehen mich ja nicht. Ah, die haben... Die wissen ja gar nicht wo ich bin. Doch, jetzt kommt der Jagdpanther 2. Kommt. Ja, die wissen ja nicht wo ich bin. Doch, hier unten. Die wissen es. Die fahren auf dich. Glaube ich. Einer hat doch geschrieben. J9-Loop. Evv Reporten. Und bisschen Spielweise. Hier noch ein paar... Ich gå auf die Zeit. Wenn die Zeit jetzt hinbekommt. Alter, so ein Idiot. J9-Loop, den hab del juego gehabt hier. Nee, der hat jetzt einfach Dings geschrieben. Hast du gesagt? Das ist doch schweimereie. ja wer kommt denn hier war so ein Kämpferne Jagdpanta glaube ich ich werde vorbei auch nicht gesehen siehst du ne schaffen sie nicht das gewinnen wir doch ich war verrückt ne jetzt gibt's nicht 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 ja lol alter die ich habe jetzt alle reportet die haben mich gesucht das gibt's nicht das gibt's nicht wird und es ist ein guter das muss noch gewinnen ja das war der zu vier wollen wir den mal hochholen wegen äh können wir ich habe vergessen die aufnahme zu schauen sorry egal schauen wir bei denen ein bisschen zu ah ja Kevin lebt ja noch auch jetzt guckt sie zu mir ja ich weiß jetzt nicht mehr die können gucken zu mir 24 perfekt schieß doch ich darf 50 sekunden nach vielleicht ein schuss 15 sekunden was was sind das für eine scheiße ich habe ich habe noch nie gesehen oder erlebt perfekt die 25 zu 100 zu 100 perfekt 390 schaden macht die aha perfekt schießt die tot und der idiot verfehlt nicht auf dich perfekt sie zieht nicht auf dich haa aha ha ha schieß nicht die ganz tot oder auch nicht lol foto klasse ich habe meistens von uns hey heute bin ich 93.000 ist bloß gekommen läuft überlegen sei es dritter klasse bin den spieler bekommen ich glaube spotting der mitsch steht das keine ahnung wo aber scheiß drauf okay ok los so zu ihm warten wir machen kein karl okay und das wochen wo er hat er in friskas nachfüllen und natürlich wird sie wird die droht um als lecker nehmen nehmen ein vierer oder drei ok mal ein 4er ich baue noch 836 Erfahrungen dann habe ich den in Elite 5er Crusader wir geben da hoch der Crusader, welche Metzstufe? 7 meine auch dann muss ich den noch nehmen Loll, läuft's 5er, oh Gott Alter, der verreckt ja noch Loll, beide Augen Aufnahme steht, ich habe gerade 58 FPS und bei VRT steht 36 Loll ah jetzt ist es richtig DW2 Durchbruchswagen 2 weiss denn der Durchbruchswagen 1 ja wer kauft sich sonst schon ne Scheiße, das U85, die hat kein Durchschlag, kein Schaden, keine Panzerung, kein Turm hallo Alter Durchfallwagen 2 Durchfall ne, das geht schon er hat mich schnell schießen gegangen also wenn du da in den 4er-Match hast du schon schon, aber 5er egal für mich ist es ein Dorf-Vollwagen 2 ich bin selbst mal gefahren und wir sagen mit den 111 Metern geworfen durch mit den Durchbruch hatte Loll, okay wir müssen recht bis zum bis zum Cap 5 0 1 2 5 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Die püchen mal hier durch. Hilfe! Ja, ich fahr zurück, ich komm schon hinten lang. Ich komm, ich komm, nothing to be, nothing to be. Jetzt fahren wir Ski. Jetzt fahren wir Ski, 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 Ski. Oh, wie so schnell? Du bist tot, du bist tot, komm auf, komm auf. Du bist tot, du bist tot, du bist tot. Oh, wie lange gebrauchen, dieser Turm. Komm, hilf! Und Suckel, eingezündet, von wegen! Warte, den will ich, ich brauch den! Wer macht den? Oh, wir wollen jetzt ran, oh. Kevin, wieso hast du auf den geschossen? Ich hätte noch 0,02 Sekunden gebraucht. Was hast du noch mit dem Mischen? Lass du wenigstens die... So steh uns die einen schweren Panzer und, ähm, 1000 Chance-Punkte. Ist nun ein schwerer Panzer? Nein, aber trotzdem, 1000 Chance-Punkte brauche ich. Ja! Verdammt! Scheißdreck! Nur wegen dir, Kevin! Ja, immer wegen mir. Ja! Man ist in Pompop 4. Und ich glaube, ich komme nicht durch. Und ich hab deinen Namen falsch geschrieben. das gibt es noch hat es kommen jetzt vor vor kevin vor vor sei ein mann haja ich erstmal die apfel weiter Aua Cover Lanes Kette wurde getroffen. Sie können jeden Moment reißen. Hallo. Ja. Was hat denn Katten gesagt? Ja. Ich dachte, dass da hinten noch ein Tee ist. Oh, aber der Fenster hat nicht geschlafen. Und ich hab Geld. Hallo. Bei dir, Schuikow? Oh ja, was? Ist es bei dir auch beendet? Nein, bei mir geht es. Noch. Noch. Genau, noch. Oh ne, ich will mal 8 davon noch einmal. Oh. Bist du da? Ne, bist du, wollen sie nicht? Eben einmal noch. Du kannst ja deinen Tiger 2 nehmen. Wir haben aber letztes bisschen verloren. Ja, aber nur wegen Kevin. Weil der seine blöde Mission machen wollte. Habt ihr auch geschafft. Ja und, trotzdem. Scheiß drauf. Wenn wir in dieses Gefächt kommen, dann stehe ich dorthin. Da kannst du deine Mischung genau so machen. Die ist richtig leicht da an diesem Ort. Echt? Ja. Okay. Ich hab das auch im Teammatch geschafft. Das hat sie nicht gezählt. Oh, welche für mich fahren? Mein KV4 hast du ja. Ne, hab ich nicht. Und will ich auch nicht selbst zu scheißlangsam. Hey, perfekt. Oh ne, nicht das in Map. Da kann ich keine Abfalldamage machen. Warum? Weil die Scheiße ist, die Map. Es gibt nur scheiße Fahrer. Hey. Warum hinten beide Schienen lang, oder? Oder? GONDOI. GONDOI! Playtoon 1. Was du willst? Was du willst? Oh, die Schienen lang, oder? Hinten? Best of the best. Es tut sich nicht so leid. Wir sind die ersten, die treten sind. Die haben sich einfach ins Stürzen. Das meiht. Panzer vor. Wollt ihr wirklich vorfahren? In die Stadt? Der ist deutsch, ja. Na gut, dann fahren wir in die Stadt. Die sind zwar wahnsinnig, aber nur mein Weg. Und hinten an der Privatkarte. Wie immer. Schau, jetzt werden sie auf der Hill campen. Da dachte er, der denkt, dass wir auch... Oh. Hehehe. Oh. Scheiße, da gibt's Abbraller. Ich weiß, da gibt's Abbraller. Oh, ne, der ist da hinten verdammt. So, ich hab schon den ersten Kill. Platoon ist gut. Platoon 1 ist gut. Äh, nicht mal lange. Was heißt denn nicht mal lange, weil du bald tot bist? We are all the champions, verdammt. We are all the champions. We are all the champions. We are all the champions. Oh, verdammt. Scheiß KV 85 Noob. Hättiger 1 abgebrallt. Zenturien fährt zurück, bei der Borbungsflankierung. Alter, was für Scheiß KV 1 Noob. Weiss das 59, 16. Das wurde das. KV 1 Noob. Kenne ich vorhin. KV 1 Noob. KV 1 Noob. Was für ein Wunder. Und mit deinem Käufer, Fjord, kein Wunder. Hehehe. Ich komme jetzt in Arme liegen. Nein, ich wollte die Todrahmen. Ich wollte Schuhe zeigen, wie es normal geht. Hehehe. Hehehe. Der Dovi. Dovi doof, man. Ja. Wir müssen mal schnell machen, das mal wieder hinten. Ja. Ja, lohnt sich nämlich nicht. Schnell durchstricken, hier. Lohnt sich schon nicht. Lohnt sich schon nicht. Äh, eine Zenturion aus dem Mal, oder? Ja. Ja, rasch und pushen wir den Zenturion. Du meinst? Ja. Du meinst? Ja. Du meinst? Ja, ich hab den Jagdparsatut. Du hol den Kill. Ich hab den extra gelassen. Ich hab den nicht. Okay, perfekt. Ich will den Zenturion. Oh, so Gold, nur. Oh, jetzt auch. Ich brauch den. Ich brauch den. Ich brauch den. Oh, du Arsch. Warum brauchst du den denn? Weil ich den für die Mission brauche. Ich brauch drei Kills von Heavis. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Carly Lenz? Aja, wie kommst du denn, Schui? Hey, bohel. Der ist gleich tönt. Der ist so schwer zu knacken. Ich hab getroffen. Ja, ich hab ihn vorhin noch wie Leben weggezockt. Wie ist das loch? Ich glaub, der lebt noch, ja. Jawoll! Scheiß Ari! Nein! Oh verdammt! Ich wollte den Ferdinand! Mach hin! Mach hin! Wie lange braucht er noch zum Nachladen? Hast du den Mord? Wurde das sieg? Da musst du ihn noch geladen! Was? Er hat schon nachgeladen? Ja, mach hin! Du rechts! Du legst dich rechts! Ja, ich hole den... Ich hole die RT! Der Fabian hat bald geklickt, oder? Verdammt, die Schieß auf mich! Ich hole die RT! Du holst hier den SD, keine Ahnung wie der heißt! Jawoll! Ja, verdammt! Warte, lass mir die RT! Ich brauch die! Ich brauch Damage! Ja, ich feuer schon! Ich bin nicht der Schnellste! So... Jetzt brauch ich kurz anzoomen! Jawoll! Jetzt sind die keine Ahnung mehr! Oh, wir haben noch eine! Hehehehe! Hehehehe! Jetzt zu 100, ne? Wo ist das zu 100? Ja, die ist da eine Bahnspiel! Verdammt, hilf mir bei dem STA 2! Gern 2! Alter, Gold-Noob! Oh, jetzt schießt du mit Gold, du wolltest! Ja! Oh, ich hab irgendwas im Auge, verdammt! Oha! Ich seh nix mehr! Steig als dein Bonser, also siehst du so! Ohaha! Ich seh nix mehr, ich hab irgendwas im Auge! Da oben ist er! Jetzt zieht er auf dich, Kevin! Ja! Aber abgebrollt, ne? Perfekt! Probier das, der hochkommt zu dir und ich schieß auf ihn! Zu 100! Achtung! Ja! Gut! Oh! Ihn, das hab ich im Auge! Abgebrollt! Warte, lass mir die zu 100! Schieb ihn ins Wasser! Ne, ne! Aaaaaaah! Fast! Ah! Oh! 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 Freut mich, Sir! Oh, jetzt! Wumm! Ach, Amen! Oh, ne! Oh, ne! Nein! Hilf mir doch! Nein! Na, jetzt helfe ich dich auch nicht wie du mir! Und ich hab auch noch ein Laue live! So, rat man, so rat man einen Tod! Ja! er hat er 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 wohl gewonnen gehen wir auf die zu 100 pushen wir die hehehe guck mal, er war ein 72 Spruck 13 oh man ich glaub ich hab schon wieder 8000 abweich ja 3.443 Schaden ha, aua Scheiss Partiment Scheiss Partiment oh ich bin auch froh ich hab ein Pairer gemacht bin allein ne Frau 3.000 Abfall Damage ich hab 700 ich hab nur ne erste Klasse bekommen hä ich hab irgendwas ach so hey yeah jetzt hab ich die 67en Ding ich hab ja irgendwas gewonnen ach ja die Mission für heute ne ähm ah ne Elite hab ich den noch nicht, ich brauch zuerst die Hellcat mit Batana Großkaliber und Stahlwand erste Klasse Bombensicher Speerher und Wirkungsfeuer lol ich spiel die verdammte Mission wir haben was zunächst ich will die verdammte Mission wir haben gewinnungsfreude wir haben es gut dann wird es nicht mit zehn gefechten übernommen aber gewinnen das schaffst du nicht zehn gefechte gewinnen hintereinander schaffst du schon wie denn keine ahnung ich hab gerade ich hab das höchste was mal war wo er fünf gefechte hintereinander bei mir legt es gerade bei mir legt es gerade ich hab auf der IS-36 138 gefechte und Panzerass oh mein Tier entspackt ich weiß nicht ja Kevin nimmt auch KV4 wer 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 jetzt machen wir nichts nichts genau nichts genau ja apropos ich gar noch kurz zu schauen oh wir haben eine FV was macht 1.000 Schaden pro Fluss wo denn wo denn FV auch das Ding ja so war nur kurz ja jetzt ich war kurz auf dem Desktop und hab kurz nachgeschaut wie viel tausend Gigabyte ich schon wieder verbraucht habe 1000 Gigabyte ne ich habe jetzt insgesamt ähm wo ich selbst also wo ich jetzt gefilmt habe habe ich insgesamt zweieinhalb Terabyte verbraucht von U äh das Gefecht ja das nehme ich auch auf Häh hey T-62 gar den will ich gol die Moritz er hat das geschaffen nur ein Wort die Heilige Bestellung ich wurde an die Gegner auch mehr und alle drei Kieren und hilf mir jeder Schuhe überhaupt und so drauf nur 63 Jahre und auf die und vorbeugt wurde und er hat er ist in die habe ich auch bald aber nicht gern Euro das war das er hat er die Essen habe ich auch bald ich brauche nur noch vier Millionen Kreis ich habe schon 60.000 auf dem Panzer Erfahrung auf den hier aber noch mit je 100.000 Erfahrung war auch gescheckt und auf 40 Leute das war auch immer noch wegen Missionen das immer noch selten er wird die erste Stelle von Artie ein 60 Prozent 40 Prozent bei ihr hunderte wie ihr sieben die Stadt vorn das ist der Mensch ist das da zieht ein 60 bis weg 50 Leben mehr als du auch wegen dem Turm und sagt Gold ist nicht da lang Goldgeschirr mal war auch nicht da lang schweißen in der Zeit was sie und auch mal eben gut der Meister von er hat mit Goldschätten bekommen von ihr es läuft auch die Lüge Barth Lolle Filape Herrschau Verhoff er hat ein 6 nicht mehr das ist sehr schwieriger wie Lastwagen ein paar um die Schöpfe das wollen sie selbst wo selbst wo die Mauer der Mauer und das ist auch schon weg die sind aber eine Art der geschossen hat zwei Panzer getroffen hier ist sie nun der Frau und beide gekettet und nur 16 hp-schauen gemacht bei beiden Artillerie wir haben in drei Euro wir wollen der Oberweil nur Leipzig mit 49 und verdammt er wurde die das ist ein guter und das jetzt sind so wichtig wenn ihr ihr Projekt da nicht schimpfen hier. Verdammt, wieso konnte ich scheiß Auto überall durch? Aaaaaaahhhhhh HUH? ALTER! HUH? Ich schlaste die Autos ab heute. Ich will keine mehr. 10er und 9er sind eh mega nervig, weil die immer treffen. Und... Wie Glück ich hab. Oder auch... Glück du hast. Du bist du als Gelände. Ja! Verdammt, ich bin der Marsch! Ich... Dankeschön, Dankeschön. Ich bin nicht im Arsch. Hoho, ich bin nicht im Arsch. Seht ihr das? Ich bin nicht im Arsch. Kepp und nicht gleich. Wo ist da was, wenn da können sie... Beide. Du guckst mal die Zehner, äh... Zehnartier an. Kein Ohr, ne? He 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 he! Verdammt. Na, T92 ist geil. A T92, ne? U2 die Sünder die Köln die sich an dieses Böse mit Orne WT 100 verdammt Prozent von B. Tausend Schaden ja ja hier unten stehen auch die ist es ein 90 von uns höll nea auch die Banker und das Haus und der Autobanker und das haben wir verloren aber ich könnte noch der WT gehen können wir sehen wie und nun ist es gemacht 15.000 und ich sag mal 15.000 20.000 3.000 Minus Korb 6 5.700 Romo Nein das ist ein Knopf wie ich drücken kann wenn ich rücken würde willst du ihn kennenlernen? Nein da steht die Anfangsbuchstaben von allen ist F.T.E.A so ich reporte dich gerade einheit los ein ho verdammt wo ist mein 9er? ah nicht mehr da geht doch auch bis 8 mal mehr oder bei ELT ne? ja oh man ich schlage mich jedes mal an meinem Lenkrad an aber auch was baust du es nicht ab? weil ich das nicht abbaue mich kackt es wieder an anzubauen und es ist alles verkabelt tut er diesen Ding sagst du ja das sag ich Mann der so schrotte ist ja das ist wegen dir Kevin wegen dir sind wir jetzt in deinem 8er wegen dir schon wieder am 8er wegen Schuhe ja ganz gewiss Prozent Prozent man geht bis 7 man auch ne ne bis 8 stimmt ach ne geht auch bis 8 das heißt wir sind alle schuld ne ne das andere ist nicht schuld hä? ist du schuld oder nicht? die Schuld liegt bei der Maris Maus oh wünschen wir viel Spaß am Rändern jetzt kann ich gerade irgendwie 8 Stunden am Stück rennen nachher Maus Maus ist schuld Maus Maus ist schuld jetzt noch 2 Stunden aufnehmen dann Geburtstagsparty und dann nachher wieder aufnehmen und wen nennen von der Kollegin ja 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 alt ach L L L A 44 KV 2 und Scheiße L L L L L L L L Komm schon da A 44 Verdammter Scheißberg Hilfe Scheiß 45 0 L L L 2 240 Schaden macht das Spaß nur L 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 loesslich ist so wie sie soll wieder aufgehen L 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 aufgehen ok v2 verdammt wenn ich beendet oder wenn dort nicht hindert warum mein motor weil dein motor halt immer leiden muss das wenn man so ist wie du und für die Prozesse Prozent nur durch die Probe über die Probe Hälter ist der KV zu auf 50 100 und das Wort die Kleine Schild beschädigt worden ist es wussten gewinnen wir das oder gewinnen wir das nicht mehr? T34-3 so voll kall der Dom sieht auch nicht wie kacke das ist der beste Punkt so voll kallend blitzel lol einfach trolling troll irgendwie erinnert der VK drum an einen Tiger 2 drum echt? der Tiger P ist besser als der Tiger 1 sieht aber scheiße als oh wie ich da krumm dastehe oh wie ich da krumm dastehe oh wie ich da krumm dastehe oh Koffer 85 r 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 wieso und schattet dich ja und ich sie auch mit 547 neben ein scheiß drauf geht schon ich weiß ich kann aber nicht mehr drehen weil der gwe pante mich abgeschossen hat ja super kann sie mir wieder hier mit aufmachen wo vk war es in vk 36 für 1h perfekt Perfekt Der Kleider tut Ich glaube, der Frau Kaka hat einen guten Entwurf mit dem Schlocker Wenn da rumkommt, der Frau Kaka hinter dem Stein ist auch tot Dann kommt der Isu in Ruhe Jaaa Halli, hallo Hallo, Paulo, du bist gerade in die Aufnahme rangeplatzt Scheiß drauf, scheiß drauf Oh, Isu steht schräg Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben gerade den Panzerpaarler Nein, KFA2 Aber sie ist tot, Isu Na Gott sei Dank Wir gehen mal raus Ah ja, ihr seid ja auch schon tot Müssen wir alle tot Alle kaputt 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Gegen Willkommst du anst Ja, ich schaue mal noch Wenn sie sich nicht ganz blöd einstellen, müssen wir das noch schaffen Ja, bei der Aufnahme, die wir jetzt schon dran sind, dieser Teil, der hat 90... äh... 900 GB Seit gestern los Was passiert? Ne, das von jetzt? Ne, habe ich nicht Ah jaaa, dann nehmen wir das Wer ist das? Wer ist das? Und der Schuhe nimmt KV4 oder Tiger 2? Dann störe ich euch nicht weiter Du stürzt nie Ne, nur der da nicht stört Na ok, ich wollte auch fragen, ob einer Bock auf Test-Server hat Ja, können wir nachher mal Können wir nachher mal Schreibt mich an oder schreibt mich an Ok User left your channel Ihr könnt ja im Test-Server dann... Ja, auch Lester Ja, ich hab... ich spiele mit 3 dann noch Na ok Halb 3 bin ich hier weg Ich auch Ja, ich bin um 4 weg Was ist denn, was machen wir noch? Kevin, machst du dich bereit? Oh! Was, um halb 3 bist du weg? In 20 Minuten Genau, ich hab' noch 10 Spiele Ok Ja, ich hab' nicht 10 Panzer in der Garage Lol Geil Was haben wir denn? 9er oder 8er? Ne, 9er Und wie der halben Artillerie Nein, 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 nein Nein, 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 nein Wer war die Besseren? Wer mir? Deutschen Wacke-Arbeit Hey, ihr sagt Ja, Tiger 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 Oh, die sind geil Und wie sind der M103 irgendwo? Keine Ahnung M103 Wo ist der M103? Wo ist der M103? Ah, rechts ist ja der Wald The Forest Spielen wir grad noch ne Runde in The Forest Wir sind die 187 Panzerdivision Suchen fleißig Member für Züge etc Wir können TS vorweisen Wenn du also Interesse hast, melde dich XD Ich melde mich jetzt, ich geh' aus dem Clan Ah, ok Ne So schnell kriegst du mich nicht los Scheiße Aber es wär schön, wenn man den Daniel so schnell loskriegen würde Ja Oh, hoffentlich hatte das Let's Play nicht Ich wär dafür Ja, rein schreiben, nicht bei 6 Stunden und 15 Minuten schauen Gilt für Daniel Und wenn das so als, ähm, so kleine Einblende, ähm, Dani wegschauen, am besten noch Oh ertr Ja, es ist Killst den! Rammen! Killen! Nicht rammen! Oh! Dankeschön! Der ist bei mir... Der ist bei mir beim Heck abgeprallt. Alter, bin ich lowlife! Warum du das nie hinbekommst, ein Tod zu rammen? Ja, ich bin auch ein bisschen lowlife. Warum bekommst du das nie hin, ein Tod zu rammen? Na, weil ich freue mich an die rankommen. Ah! 12 Tada! Ey, ne, 1375. Ganz schön. Kevin, gehen mehr Rückendeck! Also, ja, Rückendeckung! Ich schaue es einfach! Ich schaue es nicht! Ich schaue es nicht! Was schaue ich nicht? Ich komme noch vollkommen zu möbel, du meinst vollkommen zu möbel. Rhoihe! Ja, rhoihe! Da-da-da-da-da! Kevin macht 15 Kills, ane! Oh, ich hab mir mal aus! nur nur dahinten auf dem Weg die Jürgens freut sich ein weg weg mit einer Kanone als die aber jemals hat die Artillerie wieder aufmachen spottet nur Jungs da hinten ist die eine 3 zu 75 ist bei mir abgebreit verdammte mein Markenzeichen die keine Ahnung RR ich will diesen Kuh haben ich bin draußen Alter der Schwerkauf kann ich mehr Ich kann mich gerade... Ich kann mich gerade... Loll. Ey, nachher ein bisschen, weil alle zusammen in den gleichen Raum kommen und alle machen... Als Abschluss von Let's Play. Muss man mal erbringen. Ja, muss ich nachher fragen. Also Daniel macht das nicht, den will ich nicht. Ja, verdammt, der hat noch einen Achter. Ja. Hat er schon einen Achter, oder Dani? Ne, der Daniel hat einen Fünfer. Aber schnell, er hat einen 4.000. Oder 3. Oder 2. Ich krieg das innerhalb von einem Tag hin. Ja, ich hab's nicht geschafft. Ui, es werden immer mehr Gigabyte. Alter, ich schau mir mal das ganze Let's Play daran und schreib dann in die Kommentare... Also ne, die Beschreibung schaut bei so vielen und so vielen Minuten vorbei. Loll. 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 Ui, einen Rotter. Ui, einen Rotter. Keine Ahnung Sechster Oh ne jetzt schon mit deinem ENC Nein Nein Achter Jo Schuhkopf Aber da ist doch ein M6 drin Das heißt es ist nicht nur ich Jo 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 Schuhkopf hast du dann voll ausgebaut Jo Okay dann hast du, ah ja du steht ja hast ja Jo 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 So Stoß mich auch wo er stößt sich ich töte mich jetzt an dich okay und tötet dich an mir TV um 30 gibst du Vollgas ja du wiegst auch nur wie viel Tonnen sieben und ich 30 40 50 60 300 tausend 500 Millionen ich bin 500 Millionen credit schwer m ein Mix und Schott und er hat er hat war aber dachte ich bin direkt in seinen Schuss reingegangen verdammt yeah da war jetzt die Trasse gerade voll aus lol oh shit pitty pitty oh verdammt oh verdammt oh verdammt du bist ein Wort er sieht dich nicht schießt auf ihn erschienen erschießt die er sieht dich nicht noch nicht noch nicht die abgefahren echt a ha 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 Ja, du hast dir noch einen reingedrückt. Ich bin abgeprallt bei der Artie. Oh, wieso habe ich doch nicht einfach gefilmt. Hast du alles gemacht, du bist? Nee. Ich habe auf dich geschaut. Ich bin bei der Artie abgeprallt an der Seite. Der Winkel warst wahrscheinlich zu spitz. Hä? Du willst nachzuhören, das kann nichts. Hat noch einen Müllerpanzer. Alter, wir nehmen auch schon wieder seit zwei Stunden auf. Wieder? Echt? Nee, ne? Doch, ey, aufklärpanter. Achtung, er schießt auf dich. Das ist nachzuhören. Wer soll ich das nachzuhören holen? Abgeprallt aufklärpanter. Der hat eine Haiebumme drauf, der hat AP geschaut. Oh, shit. Ey, 64 Durchschlag hat der Scheiß nur. Egal, er schießt nach vorne zum Nassern oder ist er tot. Oh, verdammt. T25-2. Da ist zugekommen. Da steht noch ein Stein. Können mich nicht freuen. Du stehst auch ein bisschen schräg. Oh, geiler Stern. Oh Gott, ich bin nicht direkt, der IS-3 kommt. Wo? Hau hinter dir, IS-3. Tschüss. Ja, genau. Tschüss. Oh. Oh, die geht ins Cap. Na, T25-2. Komm schon, IS-3. One-Shot. Bam. Muni-Lager. Tschüss. Das ist ein One-Shot für dich. Ey, sie ist... Du bist ein One-Shot für sie, meine ich. Meine ich, meine ich. Ja, gut gedutscht. Meinst du, meinst du, deinst du? Ja, meinst du, mein... Ey, mein... ja hier ist rein der wahl ist ich verschwinde hier ein kiel schreibe ich jetzt rein obwohl ich nicht mehr leben bin b aber jetzt weiß nicht mehr in der beise bei space es ist jetzt was anderes sein er entgegen dass er will mit dem Berufsbilder kann schon hier ist reiches statt diese Kammer und scheiß direkt als drinnen die Probe die die Prozent die Morte Prozent Prozent Tief nach hoch Oh, lol, meine Katze gerade auch noch Meine Katze hat jetzt gerade Gemauscht Wo ist sie? Jetzt habe ich sie sogar gehört Kavamamanarun Ah, wir kämpfen ja Ja, scheiß auf Jester Killen wir die Ich schau mal auf den WZ Oho, wie krass Ey, der hat auch nicht gern mag Übrigens, es ist halb Wer lädt schneller nach? WZ lädt schneller nach Nee, WZ WZ braucht 10,8 Ah, oder auch nicht WZ lös Ja, fertig Alter, meine zweite Festplatte ist schon wieder voll Ey, yeah, ich habe ein Dings Ich kam, ich sah, ich siegte, erfüllt Erfüllt oder was? Geil, ich habe irgendwas erfüllt Ich kam, ich sah, ich siegte Ja Ja, habe ich zwei schon für 10 Was? Ich habe, äh, ja, wie kann man das machen? 15 In dem man, Gefechte, nur gewinnt Ah, äh, nee, gewinnt, nur gewinnt Abschüsse, man muss Abschüsse machen Nee, ich habe auch gedacht, nee, nee Ah, du bist halt beim ersten noch Ich bin beim zweiten schon Ich bin beim zweiten Machen wir noch ein Gefecht, oder muss der Dings gehen? Ja, muss gehen Ah, 10 Gewinne 10 Gewinne nacheinander, was? Wie soll man das denn machen? Lol, wie habe ich das gemacht? Hey, wie geht das? Wo sieht man das? Aufträge Aufklärung Aufträge und Speziales Aufträge und Speziales Ich kam, ich sah, ich siegte, habe ich Überproduktion, was ist denn das? Erste oben an der Spitze der Maus oder so ein Scheiß Überproduktion, das sind wir Hä? Ich kam, ich sah, ich siegte Ich kam, ich sah, ich siegte zwei Was? 10 hintereinander? 10 Gefechte? Nee, hab ich doch nicht so Oh, wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Ich kann das gewinnen Einfach gelingen Ich hätte aber HNV als ex-schlachtet We sind wir Wir hatten mal ein Ja, das ist ganz geil du musst es nicht haben aber wer kommt stabilisator vorher die zweite Dings 20 genaue Karte während der Fahrt und Turm der Arke ich will das nehmen das ist gut ich habe zwei Millionen oh wieso ich das so komisch keine Ahnung Ruf und das ist meine Fizepapierchen ich habe mir ein PC geflogen die Verlust in den PC geflogen ich habe die PC noch und weil er wird richtig heiß die Bremse abrufen keine Ahnung die Bremse ich habe auch okay ein Kevin muss zu gehen oder nicht wir können Also eigentlich braucht man den Stern einen Übersperrer Splitterschützbeschichtigen, wegen der Scheiß-Aurie. Oh, wünscht mir viel Spaß beim Rendern. Ähm, spielst du mal ne Runde ohne mich? Ja, wie soll man das? Du bist der Zug-Captain. Ich spiel ELC und dann sterbe ich schnell. Ah, verdammt, ups. Egal, ich erstelle kurz nen Zug. Nein, ich lasse mich jetzt ein wieder. Jaaaaa. Läuft. Bleib du einfach AFK oder fahr ins Wasser oder so. Der Foch. Ich sporte einfach net sterb ich. Ja. Der Foch du Scheiße. Lol. Er hat einen 2-Magafing, glaube ich, oder? Ja, oder? Oh, meine Festplatte ist voll! Dann machen wir auch! Schütze alles! Ja! Ich bin aber noch mal aufnehmen! Egal, machen wir nach diesem Gefecht kurz dieses... Dings vor dem Schluss, dann starte ich die andere Festplatte! Deine 80 Terabyte Festplatte! Terabyte, ja! Ja! Schwieg auf die Gezei, folge mir! Oh, T4 um 50 fast weg, weg, weg! Weggerämmt! Ahaha! Panther 2 fast ins Wasser! Hehehehe! Airbag Quote habe ich gehört! Hä? Airbag Quote habe ich gehört! Ja, ich habe Airbag in meinen Panzer eingebaut! Airbag Quote! Aha! Scheiß drauf! Trotzdem habe ich Airbag drinnen! Ja! Brinzenrolle! Sieh! 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 Prinzenrolle! Ja! Black Prince oder was? Hm! Alter Verdammt! Whew! So gefress! Ach du Black Prince! Ich mach kurz den Cut! nach diesem schuss ich habe gerade die andere festplatte angeschaltet ich habe gerade die andere festplatte angeschaltet und das sollte jetzt automatisch übertragen dieser festplatte zu anderen bleibt stehen und ziel auf den t54 ich weiß was von hinten mich hat er umgeschossen ich hatte auch angeschossen gröner gehen vor allem die fortbildungsvolle die leichte bis 70 tonne schwer haben wir vorhin über die hat zwei das war ja abgeprallt abgeprallt gibt es doch nicht Goldnoobs Alter alles Goldschieser nicht geträumt gibt es doch nicht ja Goldschieser Alter alles breit ab was alles alles und was läuft bei dir schon der Vogel ist treuer wochen da bin ich weg lol jetzt drei die schießt sich dort tschüss ha 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 keine Chance keine Chance okay dann mache ich einen kurzen Cut bis nachher also die 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 40 ein